Kennst du eigentlich schon diesen Mario Odyssey Glitch? Mario Odyssey ist ein fantastisches Spiel, aber dennoch beinhaltet es natürlich Fehler, sodass es auch hier Glitches gibt. Und um diesen Glitch zu finden, müssen wir in Cityland gehen. Denn wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal davon geträumt, diese Häuser zu betreten, die keine Sub-Area beinhalten. Und genau das tun wir heute, denn tatsächlich ist es möglich, diese beiden Häuser zu betreten, ohne diese Sub-Area dort zu benutzen. Der Dude hier ist wirklich wie ein Türsteher oder ein Symbol, das sich irgendwas hier hinter befindet. Denn um diesen Glitch auszuführen, müssen wir genau in diese Ecke hier hineinspringen. Und jetzt aufgepasst, was man dafür tun muss. Denn man muss einmal in die Luft springen, stampfen und rollen und das sieht wie folgt aus. Zack und wir sind drin. Like und abonnier für mehr.